Heute zeige ich euch eines der besten Fette der Welt, und zwar Kokosöl. Kokosöl hat einfach den Vorteil, dass es als Energieverstoff wechselt wird. Das heißt von Kokosöl, da kannst du so viel nehmen wie du willst, wirst du nie dick werden. Zum zweiten, du kannst Kokosöl wirklich erhitzen, total erhitzen und es wird nie toxisch werden. Und drittens, du kannst auch Kokosöl roh nehmen, ganz einfach zum Öl ziehen. Du kannst, wenn man es mit Sonnenblumenöl macht, Kokosöl ist viel besser und Kokosöl schmeckt einfach auch sehr gut.